Hi Leute und herzlich willkommen zum heutigen Video zur Prüfungsvorbereitung Metall. Ich hoffe euch geht es gut. Und zwar haben viele in den Kommentaren gefragt nach dem Glattwalzverfahren. Das ist ein Umformverfahren. Und zwar danke ist den Kanal abonniert und die Videos liked. Das motiviert mich einfach noch mehr Videos für euch zu machen. Und zwar was ist das Glattwalzverfahren? Und zwar das Glattwalzen ist ein Randschichtumformverfahren, welches zur Erzeugung von hochwertigen Oberflächen an umformbaren, aximetrischen und metallischen Bauteilen erfolgt. Und zwar wird hier die Randschicht verformt. Es ist ein Umformverfahren, ein Feinsbearbeitungsverfahren. Und damit kann man hochwertige Oberflächen bekommen, die auch spiegelglatt sind danach. Das Bearbeitungsverfahren wird angewandt, um hohe Oberflächengüten zu erreichen. Und zwar wird dieses Verfahren eingesetzt, wenn man durch Zersparnung oder durch andere Verfahren nicht diese hohe Oberflächengüte prozesssicher erreichen kann. Das heißt man muss glattwalzen, wenn man eine gute Oberfläche hat, aber das mit dem Werkzeug nicht prozesssicher erreichen kann. Wie läuft das Verfahren ab? Und zwar haben wir hier eine Keramik-Hartmetallkugel oder eine Diamantkugel. Es kommt immer darauf an, welche Werkzeugfirma verwendet wird. Wir haben hier eine Messuhr, die uns die Walzkraft anzeigt. Das heißt damit können wir auch prozesssicher fertigen, weil wir auf dieser Messuhr immer ablesen können, wie stark die Walzkraft ist. Wir haben hier unseren Werkzeughalter. Das bedeutet den kaufen wir einmal und den können wir dann in die Maschine einsetzen. Und wir haben hier unser Werkzeug, welches sich austauschen lässt, wenn es verschlissen ist. Und hier haben wir unsere beiden Werkstücke, die bearbeitet werden. Hier können wir sehen, wir erreichen mit dem Verfahren eine spiegelglatte Oberfläche. Und diese Oberfläche hat einen sehr hohen Profiltraganteil. Was sind noch weitere Punkte, die wichtig sind? Auch wenn eine Verfestigung der Werkstückoberfläche, das heißt der Randschicht, gefordert ist, wie zum Beispiel beim Festwalzen wird dieses Verfahren eingesetzt. Zum Beispiel hier hätten wir auch das Festwalzen. Das Verfahren beruht auf dem Zusammenwirken einer oder mehrerer Rollen auf der Werkstückoberfläche. Das bedeutet, es gibt Werkzeuge, die sind einrollig und es gibt Werkzeuge, die sind mehrrollig. Dazu werde ich euch ein anderes Video machen, in dem ich euch die verschiedenen Werkzeuge des Glattwalzens aufzeige. Unter Belastung der Glattwalzrolle entsteht an der Kontaktstelle in der Werkstoffsteckgrenze eine plastische Verformung. Das bedeutet, das Material, die Materialoberfläche wird plastisch verformt. Wir drücken mit einer hohen Walzkraft auf die Werkstückoberfläche. Dadurch verformen wir die Werkstückoberfläche und bekommen dadurch eine Fläche, die glattgewalzt ist und den hohen Profiltraganteil hat. Hier ist der Unterschied zwischen einer glattgewalzten Fläche und einer getretenen Fläche. Hier haben wir unser einrolliges Werkzeug und hier haben wir die Messuhr mit der angegebenen Walzkraft. Und zwar sehen wir, dass diese Oberfläche hier spiegelglatt ist. Hier sehen wir auch, wie das Werkzeug sich in dieser Oberfläche hier spiegelt. Und das wäre die gedrehte Oberfläche. Die Oberflächenerhöhungen werden fast senkrecht zur Oberfläche niedergedrückt. Somit fließt der Werkstoff von den Bereichen hoher Druckspannung, das bedeutet die Berge, in die Zonen geringerer Spannungen und füllt dabei die Täler auf. Das bedeutet, wenn wir so eine Oberfläche haben, dann drücken wir diese ganzen Berge in die Täler rein. Somit bekommen wir diesen hohen Profiltraganteil und diese glattgewalzte Oberfläche, die spiegelt. Und hier sehen wir ein sehr schönes Beispiel. Hier haben wir eine glattgewalzte Oberfläche und hier ist eine geschildte Oberfläche. Wir sehen, dass wir hier überall diese rauen Oberflächen haben und hier haben wir dann eine spiegelglatte Oberfläche. Weil diese ganzen Berge, die hier sind, denn wir haben in der Rauheit, haben wir Berge und Täler. Das macht dann unsere gedrehte Oberfläche aus. Diese wird dann mit einer hohen Walzkraft senkrecht, also fast senkrecht, niedergedrückt. Das heißt, wir drücken das einfach nur glatt. Man kann sich das vorstellen wie beim Straßenbau. Da gibt es auch diese Riesenmaschinen, wo einfach die Straße glatt walzen. Und genauso ist es hier auch nach dem selben Prinzip. Wir walzen einfach nur alles glatt mit einer hohen Walzkraft. Und dann haben wir hier eine fast ebene Oberfläche, die keine Täler hat und keine Berge. Denn wie gesagt, wir drücken diese Berge rein in diese Täler und haben dadurch eine Umformung im Material, weil wir einfach mit einer höheren Kraft reingehen, als die Streckgrenze erlaubt. Das heißt, das Material wird nicht elastisch verformt. Das heißt, dass es wieder zurückgeht in seine Ursprungsform, sondern wir verformen es plastisch. Und dieses Material wird noch so bleiben. Und zwar die Glättung erfolgt durch das Fließen der gesamten oberflächennahen Werkstoffschicht. Und nicht durch Umbiegen oder Umbördeln der Täler von unten her. Dadurch entsteht eine gleichmäßige Werkstückoberfläche. Durch dieses Fließen haben wir einfach die Möglichkeit, eine gleichbleibende Werkstückoberfläche herzustellen, was auch dieses Verfahren sehr prozesssicher macht. Hier haben wir auch nochmal ein schönes Beispiel. Hier sehen wir eine gedrehte Oberfläche. Wir sehen diese Rillen, die wir beim Drehen haben, die durch den Vorschub erzeugt werden. Da sehen wir auch eine glattgewalzte Oberfläche, die fast gleich ist, also die gleichmäßig ist, die nicht diese Rillen aufweist, weil wir einfach diese Berge in diese Täler reingedrückt haben. Dadurch kriegen wir auch diesen hohen Traganteil an Material, was die Oberfläche auch verschleißfester macht. Und zwar, was sind die Vorbereitungen für das Glattwalzen? Wir können nicht einfach ein rohes Material nehmen und können sagen, wir werden jetzt die Oberfläche schön glattwalzen, denn wir müssen Vorbereitungen treffen. Wir müssen genau so eine gute Oberfläche davor aufweisen können, wie auch danach. Das heißt, die Vorbereitung fürs Glattwalzen ist, dass vor dem Verfahren muss ein sparender Prozess vorgenommen werden. Das heißt, drehen oder reiben, je nachdem, ob wir eine Außenbearbeitung haben oder eine Innenbearbeitung. Nächster Punkt ist eine Drehoberfläche mit gleichmäßiger Oberfläche, ist die ideale Voraussetzung. Das bedeutet gleichmäßige Berge und Täler. Wir brauchen, wie auf diesem Bild hier, brauchen wir eine gleichmäßige Oberfläche, dass das Werkzeug einfach nur gut arbeiten kann und prozesssicher arbeiten kann. Dann müssen wir auch mit einem guten Drehwerkzeug arbeiten, das uns einfach diese gleichmäßige Oberfläche geben kann. Nächster Punkt ist, normalerweise wird die Toleranzklasse durch das Glattwalzen beibehalten. Geforderte Toleranz muss schon durch Drehen oder Reiben erreicht worden sein. Wir müssen schon beim Drehen oder beim Reiben die geforderte Toleranzklasse, die angegebene Toleranz auf der Zeichnung erreicht haben. Und dieses Glattwalzen, dieses Verfahrens, einfach nur, dass dann diese Oberfläche prozesssicher erreicht werden kann. Die Endtoleranz muss schon im Vorfeld erreicht werden. Je enger die Toleranz, desto genauer muss die Vorbereitung der Oberfläche sein. Wie schon im vorherigen Punkt erwähnt, ist das, Vorbereitung ist alles beim Glattwalzen. Das bedeutet, wir können nicht eine schlechte Oberfläche haben und dann hoffen, dass die Oberfläche besser wird durch das Glattwalzen. Nein, wir brauchen schon im Vorfeld eine sehr gute Oberfläche. Wie können wir eine Verbesserung der Toleranz bekommen, der Toleranzklasse, durch das Glattwalzen? Eine Verbesserung der Toleranz ist nur bei stabilen Werkstücken aus gut verformbaren Werkstoffen möglich. Das bedeutet, wenn wir einen Werkstoff haben, der eine sehr gute Verformbarkeit hat, das heißt, der ist nicht sehr hart, sondern der hat eine sehr gute Bruchdehnung, können wir die Oberfläche verbessern, indem wir sie glattwalzen. Jedoch, wenn wir einen sehr harten Werkstoff haben, ist es schwer, eine bessere Oberfläche nach dem Glattwalzen zu erhalten. Das bedeutet, eine Verbesserung findet nur statt bei stabilen Werkstücken, die sehr gut verformbar sind. Wie sieht das Verfahren jetzt aus? Wir haben Kontakt am Werkstück und was sind die daraus folgenden Vorteile? Plastische Verformung eilt der Kontaktstelle der Rolle voraus. Das bedeutet, wir haben hier, wie wir das sehen können, haben wir die plastische Verformung. Und zwar werden diese Berge hier in die Täler reingedrückt. Wie wir das auch hier jetzt sehen können, sind die Täler voll mit den Bergen. Das Verfahren läuft so ab, indem wir eine Glattwalzrolle haben, sie hat einen speziellen Radius. Wir haben die Vorschubrichtung, wir haben die Drehrichtung der Glattwalzrolle und wir haben die Drehrichtung des Werkstück. Wir haben hier unseren Winkel Alpha und hier ist unser Werkstück, das verformt wird. Durch das Verfahren kann prozesssicher eine Qualitätsgüte von RZ1µ und RA2µ erreicht werden. Ich glaube, das müsste eigentlich RA0,2µ heißen. Das bedeutet, wir können damit sehr gute Oberflächen erreichen und sehr gute Qualitätsgüten prozesssicher erreichen. Was wäre ein weiterer Punkt dieses Verfahrens? Und zwar das Verfahren ist nur die Randschicht des Werkstücks begrenzt. Das bedeutet, dieses Umformverfahren kann nur auf die Randschicht, also auf diese Schicht hier angewandt werden. Es ist wirtschaftlich, wenn kurze Hauptnutzungszeichen für die Komplettbearbeitung vorhanden sind. Das heißt, wenn wir Teile haben, die sehr lange dauern, die sehr lange Hauptnutzungszeiten haben, dann dauert dieses Glattwalz noch länger. Das bedeutet, die Teile werden nicht mehr wirtschaftlich und die werden sehr teuer werden. Das heißt, das Glattwalzverfahren kann man nur anwenden, wenn wir kurze Hauptnutzungszeiten haben. Das wäre der letzte Punkt und zwar ist in keine Sondermaschinen notwendig. Das Walzwerkzeug kann in Drehmaschinen, Bearbeitungszentren oder auch in Bohrwerken eingesetzt werden. Das bedeutet, wir kaufen einmal dieses Werkzeug, dieses Walzwerkzeug und können es dann in diesen verschiedenen Bearbeitungszentren einsetzen oder auch in Drehmaschinen oder Bohrwerken. Das bedeutet, es ist eigentlich universal einsetzbar. Was können wir für Oberflächeneigenschaften nach dem Walzen erreichen? Und zwar, wie wir schon vorher gesagt haben, haben wir eine geringe Rautiefe. Das heißt, RZ ist kleiner als 1 µ oder sogar RA ist kleiner als 0,1 µ. Wir haben einen hohen Profiltraganteil, weil wir einfach sehr viel Material haben, weil wir die Berge in die Täler drücken. Und dadurch haben wir jetzt einen hohen Profiltraganteil. Wir haben weiche Rundungen des Oberflächenprofils. Keine verbleibenden Profilspitzen, das heißt nicht aggressiv zu Gleitpartnern. Wir haben sehr gute Gleiteigenschaften dadurch. Wir haben bessere Gleiteigenschaften dadurch. Es gibt weniger Verschleiß, weil das Material zusammen komprimiert wird. Die Randschicht wird gehärtet. Das bedeutet, es ist weniger Verschleiß, das Material. Das Werkstück wird verschleißfester. Wir haben geringe Fressneigung. Und Zunahme der Härte der Randschicht härtet durch Kaltverfestigung. Das heißt, wenn wir eine Kaltverfestigung haben, dann haben wir eine härtere Randschicht danach. Der letzte Punkt wäre die Steigerung der Belastbarkeit gegenüber mechanischen und teilweise chemischen Einwirkungen. Das bedeutet, einfach nur durch diesen hohen Profiltraganteil haben wir eine höhere Belastbarkeit der Randschicht. Und das wäre ein weiterer Vorteil. Ich hoffe, ich konnte es mit dem Video jetzt weiterhelfen. Ihr habt das Glattwalzverfahren verstanden. Ihr habt verstanden, wie das Verfahren abläuft. Und auch die verschiedenen Punkte verstanden. Das heißt, die Vorteile des Verfahrens, wann man es einsetzen kann, wenn man kurze Hauptnutzungszeiten hat und welche Vorbereitungen man treffen muss, wenn man dieses Verfahren einsetzen will. Wie wir sehen können, haben wir danach sehr gute Oberflächeneigenschaften nach dem Walzen. Das ist eine Menge. Darum ist das Verfahren auch so beliebt. Weil es universal einsetzbar ist und wir nach diesem Verfahren einfach sehr gute Oberflächeneigenschaften vorweisen können, die auch noch prozesssicher sind. Und in den nächsten Videos wollen wir auf jeden Fall noch über die verschiedenen Walzverfahren sprechen, weil sonst wäre das wirklich viel zu lang gewesen, das Video über das Maßwalzen, das Festwalzen, was sind die Unterschiede und auch noch über die verschiedenen Eigenschaften. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da unten, ein Like, würde mich sehr darüber freuen. Und viel Spaß beim Lernen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.